Der Impuls war, dass ich festgestellt habe, dass Energieberater in der Regel Einzelkämpfer sind und das wollte ich nicht mehr sein. Als ich das Team kennengelernt habe, was dahinter stand, hat mir das Spaß gemacht. Da habe ich erkannt, dass es meine neue Heimat sein kann. Der Gemeinsinn, dass man gemeinsam mehr Charme als ein Einzelner hinkriegt. Nach einem Jahr in Adomo ist für mich das Fazit genau die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt betroffen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017